Jetzt mal ehrlich, ihr Menschen. Ohne euch wären wir noch immer Wölfe. Tja, Hund und Mensch, das ist manchmal schwierig. Menschen erwarten ganz schön viel von uns. Fast so, als wären wir auch Menschen. Reden wir über die kritische Hund-Mensch-Beziehung. Und dann die Sache mit dem Fressen. 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 Futter ist nicht gleich Futter. Ja. Kennt ihr Barf? Barf. 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 Oder die Hundekuchenbäckerei. Schleck. Schleck. Anderes Thema. Hundemode. Oh ja, Mode. Oh ja, Mode. Also ich bin am liebsten nackt. Und wie steht's mit den Medien? Ich darf jetzt fernsehen. Echt? Kein Wunder, dass viele Hunde spinnen. Aber da gibt es doch Hilfe. Von wem? Ist doch klar. Vom Hundepsychologen. Ich weiß nicht auf, kann es nehmen. Wir schauen. Ja. Ja!